Eiii, Lokos! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge von Reddit Reaction, okay? Unser Reddit wurde gelöscht. Wir wurden gebannt. Es wurde zu viel Erwachsenen-Content reingeschickt. Das wollen wir nicht mehr. Jeder Einzelne, der über den Link jetzt in den Reddit kommt, bitte anständige Sachen reinschicken. Qualitäts-Content. Wir wollen nicht nochmal gebannt werden. Das soll nicht nochmal passieren. Link ist in der Beschreibung. Mein Produkt ist rausgekommen, meine Freunde. Stickys ist in den Läden. Das ist mein allererstes Produkt. Ich bin richtig stolz drauf. Dankeschön an jeden Einzelnen, der uns dabei supportet hat. Ihr könnt jetzt in die Läden gehen und euch Stickys kaufen. In euren Mund schieben oder egal wo sonst auch hinschieben. Macht, was ihr wollt. Genießt es einfach. Es ist für euch in den Läden drin. Edeka Netto. Da könnt ihr es bekommen, okay? Okay. 2,40 Euro für 10 Stück in einer Packung. Das war das günstigste, was wir schrauben konnten, um noch ein bisschen Profit, weißt du, für meine eigene Tasche zu machen. Ja, Geld. Ich hoffe, es passt für euch. Wir haben es versucht, so günstig wie möglich zu halten, damit auch junge Leute das kaufen können für Sommer und so. Draußen, wenn man Tischtennis spielt mit Tennisball, dann will man Wassereis haben. Weil es warm ist. Wassereis. Wassereis. Stickys. Gehen wir rein in den Reddit. Es ist noch relativ neu. Trotzdem sind schon 400 Leute drin. Hey. Abvoted für Hamed vs. Drachenlord, Bruder. Ich schwöre auf alles. Es fängt schon so Scheiße an. Es fängt schon so Müll an. Wofür haben wir diesen Reddit neu gemacht? Hamed vs. Drachenlord? Warte. Meinen ersten Samenerguss. Ja, habe ich wirklich gesagt. Mit sieben. Als werden wahrscheinlich wieder einige Schweinchen schlau daherkommen. Das geht überhaupt nicht. Aha. Warst du dabei? Das geht durchaus. Wo war ich? Warte mal. Wo war ich in diesem Video? Die Geschichte hatte nichts mit mir zu tun. Er hatte seinen ersten Samenerguss nicht auf mir. Oder in mir. Okay? Es hat nichts mit mir zu tun gehabt. Also für die 400 Leute, die direkt rein sind, weil sie so stark Hamed Loco Community sind. Warum leid ihr den Scheiß, Bruder? One day with Hamed Loco, one day with Simon. Was soll ich machen, Bruder? Mein Herz. Okay. Hier ist mein Problem mit Z-Max. Und das ist vielleicht das letzte Mal, dass ich über ihn rede. Ich hatte nie krass was gegen Z-Max. Wir hatten unseren Beef und er hat schon ein paar weirde Aktionen gebracht. Aber es war nie so, dass es schlimm wurde. Wir wollten einen Boxkampf machen. Er hat dann abgesagt. Ich war traurig. Ich hätte ihn gerne gemacht. Wir haben uns privat getroffen. Und ich sage euch ehrlich, als private Person war er korrekt zu mir. Auch wenn ich mich nicht zu 100% auf ihn eingelassen habe, wie jemanden, den ich jetzt zum Beispiel nicht kenne. Dann hat er jetzt neuen Content gebracht auf TikTok. Ich war so, ey Jungs, hatet ihn nicht. Gibt ihm eine Chance. Bro, wenn es ihm schlecht geht, wenn er ein Statement abliefert, was 10 Minuten braucht, dann gucke ich mir das auch 10 Minuten an. Ich nehme mir die Zeit. Und wir haben uns den Content angeguckt. Wir haben uns ein 10 Minuten Realtalk-Video von ihm angeschaut. Und ich habe detailliert zugehört. Obwohl mein ganzer Chat meinte, warum guckst du das? Wieso guckst du den Scheiß? Er wurde beleidigt. Die Nachrichten wurden gelöscht. Ich habe mir das angeguckt. Er hat mir leid getan. Bro, Z-Max, kommt mit in der letzten Zeit sympathisch. Bin ich der einzige... Er hat sich entwickelt. Er hat sich weiterentwickelt wie ein Pokémon. Ganz am Ende habe ich einen Witz gebracht, weil ich in Brawl Stars gegangen bin. Ehrlich, hartes Thema. Ortsers-Update ist jetzt fertig. Dieser Typ stellt sich in ABK's Stream, redet schlecht über mich, sagt, dass ich alles mache, was meine Community mir sagt und dass ich sein Realtalk-Video komplett ins Lächerlich gezogen habe. Er macht das, was seine Zuschauer sagen. Weißt du, hätten seine Zuschauer negativ reagiert, hätte er auch negativ reagiert. Ach krass. Also, ich mache alles, was meine Community sagt. Meine Community, die dich beleidigt, was ich nicht gut heiße. Okay? Ich lösche die Sachen. Ich sage, hey, hört auf damit. Und? Du sagst das? Bruder, als mein Kieferbruch war, hast du original ein Thumbnail gemacht mit... Ich war es. Oder verdient. Ich habe bei deinem TikTok-Realtalk vernünftig zugehört. Ich bin am Ende auf lustig in Brawl Stars reingegangen, Bro. Chill doch deine Eier, Bruder. Chill. Und er redet mir schlecht. Und er sagt, Hamid möchte so gerne wie Speed sein. Bruder, Speed ist ein cooler Typ. Ich habe noch nie irgendwen was Schlechtes getan. Was willst du von meinen Eggs, Bro? Und ja, ich bin auch ABK entfolgt darauf. Bruder, ABK und ich haben einmal geschrieben, er war sehr korrekt. Und ich mag ABK auch. Ich mag ihn immer noch. Aber ich fand das einfach uncool, dass Z-Max richtig schlecht über mich reden konnte. Vor allem bei ABK. Hey, Bruder, die können befreundet sein, dies, das. Die können machen, was sie wollen. Aber warum schlecht über mich reden in ABK-Stream, Bro? Wieso? Unnötig. Bro, lass mich einfach mal Content machen. Ich will nicht mal Content über dich machen. Lass dich einfach in Ruhe. Mach dein Ding doch. Meine Fresse. Er will gar nicht, dass ich ihn mag, habe ich das Gefühl. Und ABK war sauer, dass ich ihm entfolge. Er sagt, Hamid ist eine Heulsuse. Hamid, look, da ist ein bisschen Heulsuse, ne? Weil er will aber so ein bisschen der neue Speed sein, habe ich das Gefühl. Ja, ja. Ich hasse den, ich habe so meine Meinung. Hamid will Speed nachmachen. Warum sollte ich dir folgen? Hä? Wenn irgendwer jemanden holt, mit dem ich nicht gut bin, in seinen Stream packt und mit ihm zusammen über mich schlecht redet, warum soll ich dir dann noch folgen? Ich folge nur meinen Kollegen. Und ich dachte, wir sind Kollegen, aber ist nicht schlimm. Mach, was du willst. Aber Bruder, wie kann man sich darüber wundern? Ich sag dir ehrlich. Er wundert sich darüber. Komisch. Ich bin nicht mal sauer auf irgendwen. Ich finde es nur krass, dass die mich schlecht reden. Was habe ich falsch gemacht? Ich habe noch nicht mal was dazu gesagt gehabt und ABK hat noch zwei, dreimal über mich geredet. ABK ist auf Twitch gegangen, hat gesagt, boah, Hamid, ah, nee, der ist eh Chara. Hamid, look, oh, ich bin Chara, wallah. Wie? Ich bin Chara. Ich mache FIFA-Content. Ich mache Reactions. Ich spiele Minispiele. Ich bin Chara, Bruder. Ich mochte ABK. Oder wenn, dann habe ich ihn nur in Schutz genommen. Beziehungsweise nein, nicht immer, ne? Ich schwöre, nicht immer. Aber Bruder, ich mochte ihn. Ernst. Er war auch da, als ich meine Verletzung hatte. Er hat mir geschrieben, ey, gute Besserung, dies, das, Ananas. Und ich will auch nicht im Negativen gegenüber ABK sein. Aber Bruder, ich bin auch niemand, der so Angst hat. Meine ehrliche Meinung. Ich habe immer meine ehrliche Meinung gesagt. Und wie kein anderer, ich weiß, das hat nichts mit der Sache zu tun, aber ich will es einfach mal sagen. Mich hat niemand groß gemacht. Ich habe meine komplett eigene Community. Mit meinen Streams, mit meinen FIFA-Pack-Openings, mit meinen Vlogs, mit alles, was ich gemacht habe. Ich habe immer meine eigene Community gehabt. Ich weiß, was Beef angeht, habe ich safe nicht so eine starke Community wie ABK. Aber das juckt mich nicht. Mein Ziel war es nie, so wie C-Max es sagt, von jedem gemocht zu werden. Und, dass jeder in meinem Chat sagt, oh, Hamed, so ein dickes W. Das juckt mich nicht. Ich sage meine ehrliche Meinung. Und meine ehrliche Meinung zu dem Thema ist gerade, dass ich ABK im Volk bin, weil er wen geholt hat, der schlecht über mich geredet hat. Ist doch okay. Warum bin ich gerade so sauer geworden? Ich habe eigentlich nur auf ein Edit reagiert. Selbst wenn jetzt ein Rückstoß kommt, dadurch, dass ich meine ehrliche Meinung sage. Und wenn irgendwer schlecht über mich redet, haltet euch still. Chillt einfach eure Eier. Wisst ihr, wie ich meine? Mein Content wird in Zukunft nicht sein, über andere schlecht zu reden. Okay? Ich bin auch nicht der beste Content-Creator. Bruder, ich habe auch meine dicken Fehler gemacht. Und manchmal Leute schlecht geredet, obwohl das gar nicht mein Ziel ist, so. Am Ende will ich euch nur zum Lachen bringen. Deswegen, wenn ihr irgendwas seht, TikTok-Kommentare, lasst euch gar nicht provozieren. Okay? Ihr braucht mich nicht verteidigen. Ich komme damit unnormal gut klar mit sowas. Und es hält sich an Grenzen. Deswegen, chillt einfach eure Eier. Mein Content wird nicht das sein. Let's go, wir machen weiter. Wie kann das unter den Top 10 Posts sein? Bitte geht da auf den Reddit und lasst qualitativen Content da. Bitte, Hamed, mein Schatz. Und das hat gereicht für 17 Likes. Neues Intro. Oh! Let's go! Neues Intro. Okay, wenn das richtig gut ist, benutzen wir das im nächsten Video. Let's go! Here comes the sun. Ernsthaft? Ich hoffe, ihr habt das verstanden, das Video. Dass es bei dem einen Krieg gibt, der andere das auch sieht in den Medien, er aber seinen Laptop ausmachen kann und sein Leben ganz normal weitergeht. Also habt immer im Hinterkopf, dass ihr es echt wertschätzen müsst, in einem Land zu leben, wo es sowas nicht gibt, wo ihr sicher seid, immer Essen zu haben, nicht immer schauen zu müssen, dass ihr irgendwie überleben könnt. Und genau aus diesem Grund habe ich beschlossen, Ende diesen Monats einen Ein-Wochen-Spenden-Stream zu machen für Palästina und Rojava. Wisst ihr, ich habe nichts mit Politik zu tun, aber für die Flüchtlingsopfer, wir machen einen Ein-Wochen-Stream Ende diesen Monat für Hilfsbedürftige, die vom Krieg flüchten müssen. Nähere Infos kommen aber noch. Ey, nein, Bruder, zweimal! Ne, macht doch am besten für die nächste Folge nur das Bild. Postet nur das Bild. Wäre gute Folge, oder? Ohne Sinn! Sorry, Hamid. Wir haben wieder den besten Reddit-Content. Diese Schuhe habe ich nicht mal. Ich habe nicht mal diese Schuhe. Nein, nein. Ey, bitte! Hamid, bitte guck dir das an. Ich will dir die Map sein, aber ich gebe dir die Map. Ich glaube, das ist ein starker Satz von Ronaldo. Jeder will Ronaldo sein, aber glaubst du, du könntest es auch? Ich glaube, in Ronaldo Haut zu stecken, sehr schwer. Ich glaube, wenn du die bekannteste Person auf der ganzen Welt bist, ich glaube, das hat so Negativseiten, die wir uns gerade gar nicht vorstellen können. Ja, er hat die geilsten Autos. Ja, er hat Geld ohne Ende. Seiner Familie geht es gut. Die müssen nicht hungern. Er kann machen und tun, was er will, theoretisch. Was man sich mit Geld leisten kann. Aber ich glaube, da ist was, was wir nicht sehen. Glaube ich. Aber jetzt kommt's. Jetzt. Ich hab's gefunden. Ich hab kurz nachgedacht. Er kann keine neuen Leute kennenlernen, ohne sich zu denken, ey, der will sich einfach nur mit mir anfreunden, weil ich Ronaldo bin. Ronaldo kann überall auf der Welt niemanden mehr finden, der ihn einfach mag, für wie er ist. Sondern findet nur noch Leute, die sich einschleimen, weil er Ronaldo ist. Er kann nie wieder einen normalen Menschen kennenlernen, ohne dass der andere normale Mensch schon beeinflusst ist vorher. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Doch Neugeborene? Selbst Neugeborene nicht. Selbst Neugeborene. Heutzutage, ein Mann kriegt ein Kind, er macht's Huuu im Ding. Dann selbst das Baby weiß schon, wer ist Huuu. Sieht Ronaldo's Huuu. I love this game. I live this game. Stark, 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 stark. Warum kommt Adam Sandler? Warum kommt nach Cristiano Ronaldo, der so viel gemacht hat für den Sport? Adam Sandler, Bruder, und dann Mike Tyson? Wer hat die Reihenfolge gemacht? Oh mein Gott, scheiß drauf. Ich hab's gesehen, als ich beim Spiel war oder danach, bei Instagram. Bruder, Eli ist einfach verlobt. Eli ist einfach verlobt. Ich bin auch, ich muss ganz ehrlich sein, ohne zu glazen, Eli macht echt vieles richtig, was andere falsch machen. Eli ist einer der größten Content Creator in Deutschland. Und er hat sich nicht verbogen, ne? Er und seine Freundin. Also wir wissen nicht, was bei dem privat abgeht. Aber Bruder, er sieht so gesund aus, deren Beziehung. Wie viele Beziehungen wären daran kaputt gegangen? Seid ehrlich, Chad. Durch so große Reichweite und so viele Augen, die gucken. Wie viele Beziehungen wären daran kaputt gegangen? Seine Beziehung ist ja nicht mal, er macht das nicht mal zu seinem Main-Content. Ich bin ehrlich stolz auf Eli. Ich sag, Eli macht das gut, weil er nutzt seine Beziehung nicht für Content. Also klar, er hat Videos mit Melina gemacht und so, aber er quetscht das Ding nicht. Wisst ihr? Er bleibt gechillt. Er bleibt jiggy mit dem, was er macht. Ich sehe da eine Ähnlichkeit. Oh Bruder. Okay, guck mal, ich kann das erklären. Ich kann das erklären. Als ich Speed getroffen habe, das erste Mal war das während der Halbzeit. Die Freunde von Justin von meinem Cutter meinten, ey sollen wir uns was zu essen holen? Ich meinte, ja okay, komm. Wir gehen raus und Speed ist gerade von der Toilette gekommen, glaube ich. Wurde mir gesagt. Als ich ihn gesehen habe. Danach wurde mir das. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Ich so, oh Speed, was up, was up? Ich war so geschockt, Bruder. Ich wusste nicht mal, dass er da ist. Er läuft einfach an mir vorbei, Bruder. So ein kleiner einfach. Dann sein Bodyguard. Sein Bodyguard war. Ey, Junge, ich habe Angst vor seinem Bodyguard bekommen. Ich sage euch ehrlich. Deswegen, ich durfte nicht zu viel machen und so. Hätte er mir eine gegeben. Sechsfacher Kieferbruch. Sechsfacher Kieferbruch. Ich wusste ja, dass er in diese Skyboxen reingegangen ist. Nach dem Spiel habe ich mit Justin da gewartet, bis er rauskommt. Ich dachte mir so, Bruder, ein Bild wäre geil. Ich wollte unbedingt ein Bild mit Speed. Dann habe ich da gewartet. Und es haben noch ein paar mitgewartet. So Zuschauer sind gekommen. Die meinten so, was machst du? Ich meinte, ja, ich gucke, ob Speed rauskommt. Dann haben die mitgewartet. Ah, alle sind weggegangen. Ich warte halbe Stunde. Diese Security meinte so, ja geht, der kommt nicht. Der kommt nicht. Der geht über so Tiefgarage und so. Der kommt nicht. Und dann meinten wir, Justin und ich. Ja, egal, wir chillen trotzdem. Wir hatten eh nichts mehr zu tun an dem Tag in Berlin. Wir warten trotzdem 20 Minuten. Auf einmal, er kommt. Wir müssen uns aber beeilen, ne? Und guck, das Ding ist, Speed, Bruder, das ist, also ich habe direkt gemerkt, das ist die berühmteste Persönlichkeit, die ich je gesehen habe. Einfach von seiner Art her. Hat man das ihm direkt angemerkt. Wisst ihr, wie ich meine? Bruder, allein durch diesen Bodyguard, er meint so, keine Fotos, nichts, nichts. Du konntest keine Fotos mit ihm machen. Bis auf, als Justin Speed gerufen hat, Speed, Speed, he is German Content Creator, he is Content Creator. Und Speed, Bruder, ich habe irgendwie das Gefühl, der ist einfach unnormal schlau. Der weiß, ey, wenn es Content gibt und so, ich nehme mit. Der meint so, hu, hu. Und dann hat Justin auf mich gezeigt. Und erst dann hat er Foto mit mir gemacht, kurz. Justin hat das Foto geklärt, W Justin. Aber ich muss sagen, also Speed ist korrekt, ne? Der kam sehr korrekt rüber. Der ist, pfff, Max Endstufe an Prominenz, die ich jemals gesehen habe. Und dann hat er Foto mit mir gemacht.